Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu... Ich hätte jetzt fast recht so ein Evil gesagt. Da hat es gebrannt. Das ist nicht gut. Natürlich herzlich Willkommen zurück zu Rimworld. Das ist mit Björn. Da sammelt so ein paar Affen ein, die hier von dem Panther... Wo ist der Panther? Da ist der Panther... ...niedergemacht werden. Wir können schon mal wieder bisschen Hauling betreiben. Die verlassen uns. Das ist gut. Zu weit. Floors. Das sind zwölf und sechs Instruktionen... ...und... Ich würde gerne mal so... ...das machen. Autosaving. Natürlich Autosaving. Ähm... Ich habe Wood. Gut. What would the Whitman do? Sehr schön. Dann können wir mal noch den... Uiuiuiui... Ist das gekriegt. Da wird das mal noch irgendwann vergrößert. Ähm... Aktuell ist die Base ja noch ein bisschen eingegrenzt. Aber wir müssen da mal noch gucken... ...wie was läuft. Wir sind ja hier noch am... ...anfangen von dem ganzen Spaß. Wir müssen da hin reinstellen. Ähm... So... 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 ...wichtig. So... ...wichtig. Nur... ...wandering. Das ist sehr schön. So... Ja... Die haben alle so ein bisschen... ... äh... ...breaky-breaky. Da und da. Und hier werde ich dann noch... ... ähm... ...mehr... ...Betträume bauen. Oder zumindest den Gang schon mal vorbereiten. Mit vielleicht ein paar Türen dran oder so. Weiß ich mal nicht. Ähm... ...damit ich wirklich... ...so ein bisschen abschotten kann als... ...als Gang. ...so ein bisschen abschotten kann als... ...mh... 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 ...das ist ein Lager, aber... ...komm mal als... ...wehtüren hin machen. Ist vollkommen... ...okay. ...die Küche bekommt einen schönen Boden... ...wenn die auch schön sauber ist. ...ja... ...und so ein paar Baustellen... ...und so lange wie es hier noch kalt ist. Oh... ...a cave child named... ...Chuk... ...is crashing... ...in a... ...transport... ...nearby. ...Chuk is suffering from... ...Aphasia... ...and will be unable to walk. ...She will recover naturally after many days. ...and will be unable to walk. ...17 Jahre... ...kind, underground, delicate... ...super und social... ...ehm... ...haben doch hier schon so... ...mach da mal Medical... ...is denn Sam... ...kannst du retten? Ne, du kannst wahrscheinlich... ...oder? ...Capture wird nicht gehen... ...genau... ...dann... ...ja... ...so... ...und Rescue... ...das ist doch schon... ...das ist... ...alt... ...und... ...und... ...Gigory... ... ... ...das ist natürlich... ...quiet... ...tending... ...wom bist du eigentlich... ...schlau? ... ...ah... ...ist ne High-Mate... ...okay... ...ja... ...vieleicht... ...ne Quick Recovery... ...gibt's ne Quick Recovery... ...oder so... ...so... ...jetzt... ...hier... ...auch noch anderen... ...sehr schön... ...dann auch direkt bitte die Tür... ...mhm... 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 ...ah... ...total of 100... ...okay... ...kön an der Tür stehen... ...dass es gar nicht runterquellen kann... ...okay... ...ah... ...allow them to enter... ...ja... ...okay... ...send away... ...send away... ...die brauchen wir gerade nicht... ...ähm... ...so... ...jetzt können wir hier mal noch die... ...zone... ...spanden... ...und wir machen wir hier noch... ...so bitte äh... ...copy... ...copy... Da muss noch dran gearbeitet werden, ist okay. Die haben ne Hydra, Heil Hydra, da sind Schamanen Merchant auch noch, wo sind das die, da ist die wahrscheinlich. Hydra, dieser Punkt will ich. Ähm, Hydra ist hier der Motivator Toxic, äh, Living Merchant in Roder, 2 of its head, 3 minds submerged, weil only one absorbs oxygen, quick and vicious, but is lethal, and even important Venom. Was frisst das? Ah, ne, das ist nicht gut aktuell. Goats. Crystals, Musketenkugeln, Coffee. Könnte ich verkaufen, so den Standardraum könnte ich verkaufen. Siegen, ne, Kühe. Und eh ne Ziege, Kühe und ne Ziege, okay. Ja, ne, da tut's mir leid. So will ich nichts von euch. Ah, das klosen wir. A loner named Jack has arrived and wants to join. She is willing to come, but will not leave voluntarily. Claiming to have snow where else. Unixenet for shooting, plants, medical. Typoph, trigger heavy, nimble. I don't want to. will ich absolut nicht. Warum sind da Human Corpses? Was ist denn da oben gestorben? Das ist ein Kasuari direkt aus der Base. Wir müssen einfach mal ganz kurz einen Überblick verschaffen was da so los ist. Ähm, vom Panther? Vom Panther. Der Panther ist aber auch tot wegen Blutverlust. Sehr gut. Sie haben sich gegenseitig weggemacht und wir nehmen die Überreste mit. Sonst hier noch irgendwas? Nö. Ah, Sprit hab ich ja vom Dingens. Ja. So, äh, jetzt müssen wir hier erstmal noch... Sonst verdocken wir mein ganzes Zeug, weil das auf Eis eingestellt ist. Gut Mensch. Weil hier eine Priorität. Äh, du mal Nisha das bitte ausreden. Sehr schön. Das sieht auch gut aus hier. Ich kann mal die Leitung ein bisschen reinverlegen. Das ist auch soweit okay. Hab ich ja schon so gelernt gehabt, dass das soweit reingeht. Ähm... Alle bauen sehr fröhlich. Wann ist auch was fertig? Naja, Quest X-Piles. Hier müsste ich dann auch mal noch ein paar Böden reinzummen. A group of Mamelkin from the Unseen Swan have arrived nearby. They are attacking immediately. Das sind drei Leute. Ähm, Gier? Nichts. Wenn die irgendwas gehört hat. Der hat irgendwas. Der kann... Der kann mit der Hörner und hat aber auch einen Speer oder einen Monkey. Der hat auch umgegelt. Der hat auch umgegelt. Ähm, wenn die von da kommen, haben wir da erstmal noch so ein paar Leute, die zwischen uns stehen und dann haben wir da noch diesen Turret. Ehm, Turret. Wegen... Wegen... Da wirst man nicht so eine große Angst. Oder so eine kleine Verteidigungs-Line hier. Nisha... Und den Kasuvari nach Hause. Nein, die anderen schon am... Erscheinen sind. Hier einfach die Ziege angreifen. Ich hab sogar den Kasuvari fallen gelassen deswegen. Also... Was soll ich sagen? Ich muss eigentlich Sam gerade. Sam ist da am Bauern. Wo ist Nisha grad hin? Ich weiß nicht, dass ich da... Das ist halt... Sehr gut. Äh, fliehen. Die können nicht mehr fliehen. Ähm... Hab ich Holz noch. Nicht so was. Dann... Das ist ganz schön. Das ist echt so. tut mir natürlich leider, das wird auch mitgenommen, dass die da einen Portierer verloren haben Eventuell, Intellektuell 10, der wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ähm, nee, äh, hier, Prisoner, da ist immer noch ein letztes abgebaut, ähm, wer war das, der war Intellektuell 10, der ist mir egal, aber der ist wichtiger, ähm, Gregory, ähm, Stabilize mal, oder? Und ich Stabilize den Flos, weil ich die Hoffnung habe, ihn, äh, in meine Bude zu holen. Die lassen wir da noch schön ausbluten und die kommen dann auch mit ins, ähm, Dings. Hier, All Urgently, äh, Kyle. Äh, Kaltes. Ja, und der wird wohl leider sterben und... Die sind zwar Pur-Klamotten, aber es sind Klamotten. ja und das hier zu gehen das ist mir ja schon fast klar mal gucken ob ich vielleicht noch naja bango kam was ich schon gekümmert just now convert and then recruit um okay machen wir ganz kurz noch so eine kleine zone und zwar human like also wir machen erstmal clear all over human like an und das jetzt mal wieder haulen das machen wir mal noch bevor wir beenden was juke ist ready to go hat zwar ein holzbein aber juke ist ready to go kann kochen und craften und putzen sehr schön ich habe jetzt halt leider eine hydra so wie sieht es denn eigentlich hier in den details aus so wie geht es dem ne nicht im bett von dem typen 5-7 grip 5-7 grip hieße der eine oder was hat einiges abbekommen hat aber auch krallen ja ja was weiß ich ja noch sterile slag ja lief doch gar nicht so verkehrt das ist doch erste raid ich meine wir hatten ja wir hatten ja anput oh ähm ja ja tut mir leid das hat es leider nicht geschafft boah guck mal 100 verschiedene ideologien hier das ist doch zum kotzen macht mal die ziege kalt also kalt ist ja schon haben wir alle geschafft da sind strahlen da sind strahlen so sind strahlen irgendwo in strahlen diese blut blache hier ei iiuiui ja ähm da bedanke ich mich für das dabei sein und wir sehen uns in der nächsten Folge und schauen mal was da so spannendes hier passiert ähm bis dahin haut rein und macht's gut tschüss d her 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 her